Wenn ihr euch für das Thema Schleifen interessiert, dann bleibt dran, denn heute geht es um Schleifen, Schleifmaschinen und Schleifmittel. Im derzeit laufenden Online-Kurs habe ich gezeigt, wie man eine solche Leimholzplatte herstellt, von der rohen Bohle aus. Die Platte ist jetzt fast fertig. Diese Seite muss noch geschliffen werden. Ich weiß, keiner von euch schleift gerne. Gehe ich einfach mal davon aus. Wenn es euch geht wie mir, möchtet ihr das Schleifen so schnell wie möglich immer hinter euch bringen. Aber das Schleifen ist wichtig. Das Schleifen ist der erste Arbeitsgang für eine perfekte Oberflächenbehandlung. Die erste Frage, die sich viele stellen, ist, womit schleift man am besten? Und ich zeige euch jetzt einfach einmal die Schleifmaschinen, die ich einsetze und erzähle euch, warum ich sie benutze. Da wäre zunächst einmal ein solcher Rotationsschleifer. Dieser Maschinentyp ist wunderbar dazu geeignet, Massivholz zu schleifen, da man die Maschine umstellen kann von Grobschliff auf Feinschliff. Der Grobschliff hat einen sehr hohen Abtrag. Damit kann man eine solche Massivholzplatte sehr schnell schleifen. Man schleift damit Unebenheiten aus, kleine Fehler, was auch immer. Und dann wechselt man in den Exzentermodus, den Feinschliffmodus und schleift mit Körnungen ab 180 dann wirklich die Fläche glatt. Nachteil dieser Maschinen ist, sie sind etwas schwerer, sie sind teurer als herkömmliche Exzenterschleifer. Und sie sind bauartbedingt natürlich nicht so vibrationsarm wie die meisten anderen Schleifmaschinen. Aber wenn ihr viel mit Massivholz arbeitet, kann sich so ein Gerät für euch wirklich lohnen, da ihr damit sehr viel Zeit spart. Die meisten von euch werden wohl einen Exzenterschleifer benutzen wie den hier oder ähnliche Modelle. Im Prinzip sehen die alle gleich aus, funktionieren auch alle gleich. Damit habt ihr auch einen relativ hohen Abtrag, je nachdem welches Modell ihr wählt. Denn es gibt Unterschiede. Achtet auf den Schwingkreis, den der Hersteller angibt. Je größer dieser Wert, desto schneller arbeitet die Maschine. Der Schwingkreis ist das Maß, mit dem der Teller von links nach rechts sich bewegt. Aber das hat auch den Nachteil, dass mit größerem Schwingkreis die Oberfläche auch etwas schlechter wird. Für die normale Holzbearbeitung ist ein Schwingkreis von 5 mm wirklich sehr gut geeignet. Damit habt ihr einen Kompromiss zwischen gutem Abtrag und einem feinen Schleifbild. Die Unterschiede bei den Exzenterschleifern liegen oft darin, wie gut sie entkoppelt sind. Das ist ein relativ teures Gerät, aber es läuft sehr vibrationsarm. Wenn ihr also viel schleift, achtet darauf. Verwendet auch immer einen Staubsauger statt der Eigenabsaugung. Bei manchen Herstellern funktionieren diese Eigenabsaugungen sogar sehr gut. Aber in der Regel ist ein angeschlossener Staubsauger wesentlich effektiver als alle anderen Lösungen. Ich würde euch zu einem Schleifer mit einem 150 mm Teller raten. Da bekommt ihr das meiste Zubehör. Ihr bekommt zum Beispiel solche Schleifklötze, auf die ihr die gleichen Scheiben draufpacken könnt. Das ist sehr praktisch. Das gibt es für 125 mm meises Wissens nach nicht. Und je größer der Teller, desto schneller geht das Schleifen. Einen solchen Schwingschleifer nehme ich sehr gerne, um funierte Oberflächen zu schleifen. Er hat auch einen relativ hohen Abtrag. Auch hier gibt es Unterschiede, je nachdem wie groß der Schwingkreis ist. Genau wie beim Exzenterschleifer. Der Schwingschleifer hat in meinen Augen den Vorteil, dass er eine sehr große Auflagefläche hat. Und damit auch Unebenheiten gut egalisieren kann. Allerdings haben die meisten Schwingschleifer einen weichen Belag. Dazu aber gleich noch mehr. Solche kleinen Schwingschleifer sind hervorragend geeignet, um Kanten zu schleifen und für Kleinteile. Sie ergänzen einen Exzenterschleifer sehr gut. Wenn ihr euch also eine Grundausstattung zulegen möchtet, würde ich euch dazu raten, einen Exzenterschleifer bzw. Getriebeschleifer in Kombination mit einem solchen Schwingschleifer, einem kleinen Modell. Dann zum Thema Schleifmittel. Ich verwende seit Jahren diese Schleifgitter. Die gibt es mittlerweile von mehreren Herstellern, zum Beispiel von Festool, von Bosch und SIA oder vom, gehen wir davon aus, Erfinder des Ganzen und derzeitigen Marktführer Milka. Die verwende ich auch schon viele Jahre. Schleifgitter sind etwas teurer, sie haben aber eine längere Standzeit. Sie sind unabhängig von der Lochung eures Tellers. Das passt also immer. Und ihr bekommt sie inzwischen in allen Abmessungen. Zu berücksichtigen bei diesen Schleifgittern ist jedoch, dass ihr, wenn es geht, eine Schutzauflage verwendet. Die kommt auf den Schleifteller. Denn diese Gitter haben einen anderen Klettbelag als herkömmliches Schleifpapier. Und dieser Klettbelag, dieser langhaarige Klettbelag, haftet auf Tellern mit kurzem Klettbelag nur sehr schlecht. Daher diese Schutzauflagen. Die Schutzauflage hat auch noch den Vorteil, dass sie euren Teller schützt, wie der Name schon sagt. Und zwar vor ungewollter Beschädigung und auch durch Abrieb. Denn das Schleifgitter erzeugt auch auf der Rückseite mit der Zeit einen minimalen Abtrag, was euren Klettbelag kaputt macht. Und so ein Schleifteller kostet schnell mal um die 50 Euro. Da ist es billiger, diese Zwischenauflage, diese Schutzauflage für wenige Euro zu tauschen. Ich greife einer Frage schon mal vor, welches dieser Gitter würde ich empfehlen. Das kann ich noch nicht beantworten, da ich seit Jahren das Abranet von Mirka verwende. Und diese beiden Sorten jetzt neu habe und für die Zeitschrift Holzwerk in einen Artikel schreibe, wo ich diese drei Schleifgitter teste und auch viele Details zum Thema Schleifgitter noch erzählen werde, schreiben werde. Also wartet da noch den Artikel ab. Im Moment kann ich euch nicht sagen, ob es da irgendwelche großen Qualitäts- oder Standzeitunterschiede gibt. Was oft unterschätzt wird, sind die Schleifteller. Die gibt es bei den Markenherstellern in unterschiedlichen Härtegraden. Es gibt harte Teller, mittelhart und weiche. In der Regel werden die Maschine mit mittleren Tellern ausgeliefert und ihr könnt harte Teller und weiche Teller nachkaufen. Diese Teller kann man auswechseln. Das ist jetzt ein harter Schleifteller für diese Maschine. Und ein solch harter Schleifteller hat den großen Vorteil, dass er Unebenheiten egalisiert. Nicht so extrem wie ein Hobel, aber ein harter Schleifteller ist deswegen für Massivholz wesentlich besser geeignet als ein weicherer. Wenn ihr kleine Unebenheiten in euren Massivholzplatten habt, könnt ihr die mit einem harten Schleifteller egalisieren, während ein weicher Schleifteller diesen Unebenheiten folgt, sie eventuell noch größer macht. Ein Riesenvorteil hat ein solcher harter Schleifteller auch bei Nadelhölzern. Denn bei Nadelhölzern habt ihr oft den Effekt, dass die weichen Holzteile viel stärker ausgeschliffen werden als die harten Schleifholzteile, weil dieser weiche Schleifteller auch dort den Unebenheiten folgen kann. Je länger ihr schleift, desto kräftiger wird dieser Effekt. Nehmt ihr einen harten Schleifteller, ist dieser Effekt wesentlich geringer oder er ist gar nicht vorhanden. Achtet also darauf, dass ihr verschiedene Schleifteller verwendet für verschiedene Einsatzgebiete. Ein weicher Schleifteller ist geeignet für den Schliff von Furnieren oder Lackoberflächen, also den Zwischenschliff. Denn ein weicher Schleifteller verzeiht auch mal ein leichtes Verkanten eurer Maschine. Dann gebt erst einmal der Teller minimal nach, bevor ihr euch eine Delle in die Fläche schleift. Ich habe euch zum Thema Schleifmaschinen und diesem Gitter hier auch noch Artikel verlinkt. Ihr wisst ja, in meinen Videobeschreibungen verlinke ich zu Artikeln, die ich in der Vergangenheit schon mal geschrieben habe oder Videos, die ich mal gemacht habe. Schaut also immer wieder mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr immer sinnvolle Links und Hinweise, die euch da auch weiterbringen. Zum Thema Schleifen habe ich bei meinem Staubsauger-Video auch noch einen Kommentar bekommen oder besser gesagt zum Thema Holzstaub. Der Kommentar, ich blende ihn euch ein, wenn ich ihn schnell wiederfinde, ging frei übersetzt so, dass Holzstaub nicht gefährlich sei, da Holz ja ein natürlicher Stoff ist. Das ist Unsinn, denn jeder Stoff, der fein genug ist, um in eure Lunge einzudringen, ist gesundheitsschädlich. Dazu gehört auch Holz. Saugt also beim Schleifen immer ab, alleine wegen eurer Gesundheit. Wenn ihr nicht absaugen wollt, nehmt eine Atemschutzmaske mit P2-Filtern. Das Absaugen hat aber noch zwei Vorteile. Zum einen erhöht es die Standzeit eures Schleifpapiers enorm, wenn ihr absaugt und nicht den Staub immer wieder verreibt. Und es verbessert eure Oberfläche, da ihr den Schleifstaub abzieht und nicht immer wieder über die Oberfläche reibt. Zum Thema Absaugen habe ich ja schon ein Video gemacht, auch zum Staubsauger. Das verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Schaut da nochmal rein. Auch wenn Schleifmaschinen nicht so laut sind wie andere Maschinen, in Kombination mit dem Staubsauger wird das Ganze laut. Daher ist auch der Gehörschutz Pflicht beim Schleifen mit der Maschine. Soviel zum Thema Sicherheit. Ein weiterer Aspekt, den man nicht ganz außer Acht lassen sollte, ist die statische Aufladung, die beim Schleifen und Absaugen passiert. Wenn ihr einen Staubsauger habt mit Antistatik-Ausrüstung, dann ist das kein Thema. Da habt ihr spezielle Schläuche, der Staubsauger ist geerdet. Habt ihr das aber nicht, lädt sich das ganze System beim Arbeiten auf und ihr bekommt zwischendurch, wenn ihr an den Schlauch kommt, einen Stromschlag. Der dadurch entstehende Funkenflug ist jetzt weniger gefährlich, da ihr in der Nähe dieser Funken, auch wenn ein Funkenflug im Schlauch entstehen sollte, kein zündfähiges Gemisch aus Staub und Luft habt. Das ist also nicht das Problem. Es ist aber sehr unangenehm, wenn ihr beim Schleifen dauernd einen Stromschlag bekommt. Und damit möchte ich mich von euch verabschieden für diese Woche. Ich wünsche euch viel Spaß in eurer Werkstatt. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Musik 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 Musik